Knapp über sechs Wochen bei mir im Test der G-Tech AirRam MK2 und ich zeige euch kurz die Features. 3,3 Kilo schwer und eine Teleskoparmverlängerung bis hier oben hin und einen praktischen Griff hier an der Vorderseite. Auf der Unterseite haben wir das sogenannte AirLock-System. Wenn man vorfährt, geht diese Lamelle nach vorne. Wenn man zurückzieht, geht die wieder zurück und saugt dann den ganzen Dreck kraftvoll hier raus. Ihr seht, wie stark vermockt meiner ist. Hier haben wir einen herausnehmbaren Akku, hier haben wir die Drucktaste, vorne ein Licht und für mich das Highlight sehr einfach rausnehmbare Behälter, wo man den Schmutz raus machen kann. Und durch das Schiebesystem kann ich mir alles ganz leicht hier rausholen. Klasse Teil, heute Abend 18 Uhr das Video, das Ausführliche auf meinem YouTube-Kanal.